Herzlich Willkommen zu Memory! Kameramon, Nini! Hallo! Marcel und Christoph sind wieder dabei. Ja, ich bin auch neu. Jetzt müssen wir erstmal hier alle schön in so einem Hochhaus anordnen. Ist das dein? Komm! Bis hierhin geht's glaube ich. Ich kann noch ein bisschen zu mir. Wir müssen das immer gucken so, damit auch die Kamera alles einfängt. Ja! Oder nicht drunter läuern hier Mucki, ne? Die hier oben gehen auch noch so einigermaßen. Dann können wir ja die Kamera halten. Hier Mucki. Das sind zwei aneinander Gewichste. Wer hat hier Memory gespielt? Hier. 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 Genau, so. Hier. Da hinten müsst ihr machen, da habt ihr gerade so ein Gewöl. Hier passt auch auf jeden Fall nicht alles hin. Ja, da müssen wir noch am Rand. Hier. Ja. Müsst ihr ja nicht alles sehen, ne? Ihr müsst ja nicht alles mitkriegen, hier. Und immer nur zwei gleich aufdecken, ne Maus? Ja, ich hab zwei aufdecken. Memory kennt ja sicherlich jeder von euch. Ja, ich kenn es doch. Ich kenn es doch. Ich auch kenn es doch. Darf ich das nochmal ein bisschen, damit man... So Mucki. Boah, das hat aber hier genau gepasst. Ich hab hier ein Lama. Okay. Gut. Dann fangen wir an Christopher. Du darfst zwei Stück aufdecken. Ähm... Die zwei? Ja. Ich würd dir raten, immer einen nach dem anderen aufzudecken. Nein. Dann kannst du dir immer noch überlegen, hast du das schon mal gesehen, weißt du? So, Marcel ist dran. Mama, danke. Eine Hose? Eine Hose. Und ein Süchter. Hier, pass doch an. Hä? 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 Hose kommt hier hin? So, ich dann hier hin. Gut, Mama ist... Mama deckt auch mal hier die Ecken auf. Ich hab Zitrone und eine Kastanie. Eine Zitrone und eine Kastanie. Kastanie. Ja. So, du bist hier dran. Ja. Nimm einen nach dem anderen. Ich glaub das ist auch noch bei den Schmattern. Das ist ein Kleeblatt. Genau. Na, das hattest du glaub ich schon, Christopher. Nimm mal lieber was anderes. Deck mal woanders auf. Genau. Eine Kirche. Eine Kirche. Eine Kirche. Gut. Genau. Er darf jetzt nochmal. Käfer. Und Banane. 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 Äh. Äh. Käfer kommt hier oben hin. Banane hier unten, Christopher. So. Mama ist wieder dran? Ja. Boah. Mama macht hier weiter. Ihr Blümchen. Boahne. Das ist eine Bohne, oder? Mhm. Boahne. Oder vielleicht auch Erbsen. Boahne. Boahne. Genau, stimmt. Sind Erbsen drin. Ich glaub Erbsen sind auch Bohnen, oder? Ich bin dran. Du bist dran. Ja. Ja. Nicht immer dieselben aufdecken. So? Ja. Nimm mal die. Und immer einen nach dem anderen. Vielleicht ist da ja eins drin, was du schon gesehen hast. Ein Krieger oder so. Ein Schmetternin. Ein Schmetternin. Und was ist das? Eine, äh, 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 wie heißen die Dinger? Da. Da. Ja. Tannenzapfen. Ja, Tannenzapfen. Schmetternin. Gut. Nur den dann. Ein Ei. Ein Ei. Und eine Tomate. Wenn man sich was zu essen hat. Tomate. Ah ja, Tomate. Ein Rührei mit Tomate drin. Ja genau, das ist die tote Oma oder so, ne? Keine Ahnung. Schmeckt auf jeden Fall, glaub ich, besser als eine. Oh, eine Banane. Das hat die Noni, glaub ich, gehabt. Eine Banane. Ja. Hier war auch nur der Käfer, also muss hier die Banane sein, oder? Ja. Ja. Lusi. Banane. 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 Oh nein. Oh nein. Banane. 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 Ich danke. Ja. Äh. Scheibe? Ja, zwei aufdecken immer. Einmal eins nach dem anderen. Was hast du jetzt? Schmetterling und eine Kartoffel. Schmetterling hattest du doch schon mal. Oder ist es Wanda? Ein anderer Schmetterling. Nein. So, stopp, 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 stopp. Nur mir dran. Nur mir dran. Nur mir dran. Was hätte ich denn hier schon aufgedeckt? Einfach hier. Oh. 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 Mama hat das. Mama hatte das. Mama hatte das, ne? Aber, oh Gott. Ähm. Ich nehme mal das hier. Nein. Oh. 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 Das ist toll. Mama dann. Ja, Mama überlegt. Aber ich habe es jetzt schon da hinten drauf wieder vergessen. Den mir. Ich kann drinnen. Das ist die man sieht. Ein Ei. Oh. 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 Ja! Machen wir jetzt weiter dran? Ich weiß auch nicht mehr, wo das Blatt war. War das hier? Jawoll. Das gibt's doch nicht. Jetzt klaut die mir mein Blatt. Ja! Ich! Ich! Eine Muschel. Oh! Oh! Das ist ein Zufall. Na gut, das hatte ich mit dem Sechern aber auch gehabt. Guck mal, ne? Oh, das waren die zwei die Schumaten. So, Mopi, du bist. Ja! Mach hier irgendwo. Weil die hattest du ja schon. Mach eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Hä? 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 Hat man die Muscheln nicht auch schon? Ne, die leider keine. Ich habe auch ein Lilas. Ne, das war eine andere, oder? Aber das ist eigentlich... Ich habe auch ein Lilas, die Musche. Das war doch schon... Aha! Die Zitrone. Ja! So, wie hat sich selbstsicher einfach so schon sich gerapscht? Das hätte er jetzt auch, weiß ich... Ne. Ich habe das eher in der letzten Runde genommen. Das weiß ich noch. Ich bin... Ah! Die Blume hatten wir auch schon. Die Blume hatten wir auch schon. Die war hier. Ja. Ja! Jetzt war ich mir nicht mehr sicher gewesen. Das habe ich gemacht. So, gucken wir mal hier weiter. Das ist toll. Ein Fläumchen. Ein Fläumchen. Ein Fläumchen. Und ein anderes Blatt. Das ist ein Blatt. Bitte verspärt euch... Also, ich habe das ja gar nicht gesehen, oder? Da. Ein Blatt. Die Pflaume? Sieht man die? Ah doch, sieht man da. Ja? Ja. Bitte bestellt euch nicht, dass ich nicht sage, welches Blatt das jetzt genau ist. Ich bin kein Bombenkundler. Es sah erst aus wie so ein Ahrenblatt, aber das ist nicht. Ah! Nein! 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 Deine Chance, den Schmetterling. Mucki? Überlege gut. Wo war der Schmetterling? Ähm... Nuni hat das. Nein, ich weiß es auch nicht mehr. Mama hat das. Irgendwo hier war der Schmetterling. Deswegen hat Mama ja auch aufgedeckt. Masi, versuch mal den hier. Ich weiß es nicht sicher, aber du kannst es mal versuchen. Du kannst ihn auf eine falsche Fährte. Und? Was ist das? Kirsche! Ach, Kirsche. Schade, hätte er sein können. Er war irgendwo hier. Ich glaube, so weit vorne war man noch gar nicht gewesen. Mucki, lass die Kirsche noch offen. Du kannst jetzt die Kirsche noch finden irgendwo hier. Ja! Wo könnte die Kirsche sein? Eben... Da! Ja! Dann deck auf, wenn du meinst, da ist eine Kirsche drunter. Nein! Die Muschel! Ah! Wieder zudecken. Zudecken. So! Ganz toll! Ja, ganz toll! Ach, hier ist eine Muschel. Muschel! Ah! Eine andere Muschel. Eine Muschel. Ach so! Ein Patz. Mama, Mama isst! Hast du nicht gesehen? Hast du nicht gesehen? Du weißt nicht wo das andere ist. Mama, ich! Du weißt nicht wo das andere ist. Mama, ich! Ich bin kein Jedi. Ja! Ja! Mama isst weiter. Ich will mal wissen wo das andere ist. Ich will mal wissen wo der andere ist. Ich will mal wissen wo der andere ist. Ich will mal wissen wo der andere ist. Ah! Ah! Ich weiß Käfer glaube ich, oder? Eee! Ekelig! Ja! Ekelig! Ja! Käfer! Käfer! Kaffi! Käfer! Käfer! So! Mach mal! Ja! Käfer! Ähm! Den ist der Käfer? Wenn du weißt wo der andere ist. Käfer dazu ist. Deck doch erstmal hier irgendwo was auf. Was wir noch nicht haben. Das ist der Käfer! Hat er den? Nein! Ja! Den ersten halt! Achso! Ja! Ja! Jetzt der andere? Wo ist der andere? Ähm! Einer! Das reicht aber nicht! Du musst noch den zweiten dazu finden! Wo ist der? Ähm! Da! Kann sein! Nein! Da waren wir noch nicht! Mach mal! Bist du sicher? Ja! Käfer! Oh ne Kirsche! Verdammt Mucki! Wo ist die Kirsche? Ja! Das ist jetzt aber zu spät für ihn! Ja! So! Wieder umdrehen! Kirsche wieder hinlegen! Ah! 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 Die Kirsche war sie hier! Ah! Mein Käse! Mein Käse! Ich darf fassen! So! Ich guck jetzt! Ich fassen! Ich fassen! Nein! Du bist nicht schlau! Eine Tomate! Wir hatten schon ein Ende Spiel! Fassen! Oh! Wo war die hier? Nein! Hier war die Kokosnuss! Mama fühlt sich! Mmmmmmmmmmmmmm... Ich hab Papa die Nuss! Dann geh zu Papa die Nennengen! Dann spielen wir halt weiter... Kokosnuss! Papa isste auch nicht! Warum? Ah, das Kieße. Mama, ich da auch sag! Mama, ich hab einen Apfel! Den hatten wir aber alle an. Guck mal, das bleibt. Ah, was hat man denn hier? Eine Orange. Ein Pfirsich. Hier war jetzt das Blatt, ne? Ja! Oh! Hab ich die da, oder hab ich die hier schon mal aufgedacht? Das war mal böse, warum? Ja, aber hier ist der Tisch. Mama. Mama. Oh, der Apfel. Ich bin gerade sehr unsicher. Ich glaub, ich weiß, wo. Mucki steigt gleich wieder ein. Mucki steigt gleich wieder ein. Ich auch mit zwei. Ich denke, er ist hier, oder? Es ist eine kleine Lotte. Ähm. Oh, der Pfirsich. Nein! Ein Apfel! Mama. Mama. Die Kartoffel. Es ist eine kleine Lotte. 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 Ich steck immer wieder die hier auf, ne? Au. Äh. Willst du wieder mitspielen? Ja. Okay, dann mach mal. Du bist dran. Hallo, ich bin Kuschel. Ich spiel jetzt auch mit. Was decke ich denn mal auf? Ich nehm mal das hier. Guck, Christopher, wo ist das andere? Du musst mir jetzt helfen. Wo ist das? Ich glaube, hier irgendwo? Ja. Deck mal das auf. Nein. Moki hat seinen ersten. Du darfst nochmal. Ja. Ich hab ein Glückshändchen. Ich decke jetzt irgendwas für dich auf. Guck mal. Eine Pflaume. Dann guck mal, wo könnte die Pflaume sein? Ähm, da. Da. Oh, das ist ein Faulenblatt. Das ist leider keine Pflaume. Noni ist dran. Ja. Ja. Ich hab ein Achtel. Und eine aufgemachter Erbsendingens. Ich hab ein Achtel. Ich hab ein Achtel. Oh, das ist ja noch offen. Ich will auch den. Ja, wo war das deine Dingens? Moki, der ist jetzt noch nicht dran. Wo hast du deine Paare hingelegt? Hier. Die zwei. Die musst du schon offen hier hinlegen. So, wir haben jetzt hier Erbsen und Birnen gesehen. Alles klar. Mama, gib mal hier hin. Ih, der Scheißkäfer wieder. Oh, Moki, deine Chance. Da. Warte, leg das hier hin. Das sind die Erbsen. Moki, wo sind hier die Erbsen? Da. Das ist ja auch Ding. Ich geb dir schon hier, ne? Tipps. Hallo. Ja. Ach, Apfel. Apfel. Zu spät. Au. Ihr braucht nur noch außer Gefecht sitzen. Nein, 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 nein. Komm, mach zu das Ding. Mach zu. Mach zu. Mach jetzt so langsam, bis du vermisst. Und einfach facke das Ding aus. Das hatten wir noch nicht. Oh, eine Muschel. Mucki, du bist. Ja. Soll Kuschel dir helfen? Ja. Ich will Kuschel helfen. Also, ich glaube, ich habe hier gerade eine Muschel aufgedeckt. Und hier könnte die Handel drunter sein. Probier mal. Ja. Oh nein, eine Birne. Gut, dass du das zuerst aufgedeckt hast. Eine Birne? Hmm. Guck mal, ob hier eine Birne drunter ist. So, du darfst noch mal. Ja. Und, was ist es? Eine Muschel und ein Kleiblatt. Ich sehe das nie, wenn Mucki das macht. Oh, die Muschel ist weg. Oh. Mama auch kiezen? Ja, ich glaube auch, ja. Ich sehe zwei, die Waden. Ich sehe zwei, die Waden. Ein komischer Fehler. Ja. Nur eine Waden. Lalalalalalalala. Oh, Mama ist dran. Mama ist dran. Mama ist dran. Oh, der Fackkäfer. Mama ist dran. Ich halte es nicht. Oh, hier ist die Blume. Mucki, die Blume. Ja, 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 ja. So, wo ist hier die Blume? Nimm dir eins von den Vieren hier. Eins von den Vieren. Eine Muschel. Oh, mo, mo, mo. So, so. Nuni dran. Er nimmt sie sie gesichert. Ja. Oh, die Faulfehler. Verdammt, wo war die? Hier. Nein. Mein Hörschel. Oh, wie gellert. Mucki, du bist. Ja. Kuschel helfen. Kuschel helfen. Mh. Nimm mal eins von den beiden hier. Eins, eins, nein. Nein, wegen. Nein. Nein. Mama dran, Mama dran. 3 3 3 3 4 5 6 Ich hab das Ja natürlich Nimm hin den Ja hier, ich schenk dir einfach Wenn es knapp wird zwischen Nouni und mir Nehm ich das wieder zurück Achso, habt ihr gesehen? Knapp! Ja, sicher. Ich gewonnen! Bevor ich jetzt dran bin, nochmal neu sortieren. Das war klar. Naja, eigentlich ist ja Mucki das. Einfach da! Nee, er war doch gerade. Nee, ich hab ja. Du kriegst eins geschenkt. Das nochmal. Das für euch Käferfass. Nimm irgendeins. Ja, hast sogar noch Glück. Ich glaube, das ändert jetzt sowieso nichts mehr. Hier, das sind auch noch Muckis. So, jetzt tu mal deinen Stapel in die Mitte. So hält das, glaube ich, leider nicht. Und so könnt ihr es. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ah! Meine Würste. Tu deinen auch noch da hin. Und Mucki seinen Stapel. Ein Fischbeer. Mama hat gewonnen. Fischbeer. Was? Fischbeer. Fische? Fische angeln? Ja. Habt ihr noch Lust auf Fische angeln? Dann hol Fische angeln her. Ich hole Cola. Ja. Mama gewonnen! Gut, dann schaut auch wieder im nächsten LPT. Ja, Brettspiele kann man ja nicht wirklich so sagen. Halt Gesellschaftsspiele rein. Es folgt Fische angeln. Es folgt Fische angeln. Von Mucki. Von The Real Mucki LPT. Ja. Auf dem Kopf. Ja. 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 Ja.